Ich bin jetzt nicht geliked. Das finde ich jetzt ein bisschen viel verleidend. Wie Sie sicherlich alle mitbekommen haben, hatte Herr Meineke in seinem Sommerurlaub auf Mallorca einen Unfall. Ich bin Helena Jung und werde seinen deutschen Unterricht vertreten. Jonas hat mir erzählt, dass er ein Vater Schriftsteller werden wollte. Kann er denn schreiben? Du hast ein wirklich großes Talent. Ich habe gesehen, wie die Bitch heute Morgen aus deinem Haus gekommen ist. Die Jung, willst du mich verarschen? Sie ist aus deinem Haus gekommen. So ein blödes Arschloch. Jonas! Ich habe nein. Ich habe das Gefühl. Bis zum nächsten Mal.